Stadt Wien, Wiener Wohnen ist als Dienststelle des Magistrats der Stadt Wien die größte kommunale Hausverwaltung in Europa mit Sitz in Wien. Sie verwaltet, saniert und bewirtschaftet rund 220.000 Gemeindewohnungen, 6.000 Geschäftslokale und über 47.000 Garagen und Abstellplätze in Wien, insgesamt eine Fläche von 13.444.841 Quadratmetern. Jeder vierte Wiener lebt im Gemeindebau. Unternehmungen der Stadt Wien gemäß 71 der Wiener Stadtverfassung sind keine kommerziellen Unternehmen nach dem Gesellschaftsrecht, sondern betriebsmäßig geführte Dienststellen, sie beschäftigen Angestellte der Stadt Wien, ihr Budget scheint im Wiener Stadtbudget auf. Wiener Wohnen betreibt unter anderem ein Servicecenter. Zweck Der Zweck der Unternehmung besteht laut zwei des Statuts in der Bereithaltung und Schaffung von einem modernen Standard entsprechenden Mietwohnungen, für einkommensschwächere, wohnungsbedürftige Personen und Familien. Demnach umfasst der Zweck auch die Errichtung, Sanierung und Bewirtschaftung der städtischen Wohnhäuser, sowie den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften im Sinne des Unternehmungszwecks. Geschichte Das kaum beschreibbare Wohnungslund der Arbeiterfamilien in den Mietshäusern zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat zum kommunalen Wohnbau in Wien geführt. Nach dem Sieg der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei bei der Gemeinderatswahl in Wien 1919 wurden die Grundsteine für die ersten Wiener Gemeindebauten gelegt. 1923 wurde unter Finanzstadtrat Hugo Breitner die Wiener Wohnbausteuer eingeführt und das erste kommunale Wohnbauprogramm gestartet. Im Jahr darauf folgt das Zweite. Bis zum Jahr 1933 wurden in Wien rund 64.000 Gemeindewohnungen gebaut. Während des Austrofaschismus und der Zeit des Nationalsozialismus kam der kommunale Wohnbau in Wien nahezu zum Erliegen und wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder fortgesetzt. 1969 wurde die 100.000 STE-Gemeindewohnung nach dem Zweiten Weltkrieg fertiggestellt. Das erste städtische Wohnungsberatungszentrum wurde 1976 in der Dobelhofgasse im 1. Bezirk eröffnet. Die auf mehrere städtische Dienststellen aufgeteilten Agenden für die städtische Hausverwaltung wurden im Jahr 1997 in der neu gegründeten Magistratsabteilung 17 Wiener Wohnen zusammengefasst. Mit dem Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 29. April 1999 wurde die Magistratsabteilung 17 Wiener Wohnen ab 1. Jänner 2000 in eine Unternehmung der Stadt Wien übergeführt. 2002 wurde als Tochterfirma die Wiener Wohnen Kundenservice GmbH gegründet. 2005 die Wiener Wohnen Haus und M. Außenbetreuung GmbH. Im Jahr 2004 wurde der bisher letzte Wiener Gemeindebau errichtet in der Rösslergasse in Liesing. Seither baut die Gemeinde Wien nicht mehr selbst, sondern fördert den sozialen Wohnbau von privaten Bauträgern finanziell. Diese von der Stadt geförderten Wohnungen werden nicht über Stadt Wien, Wiener Wohnen vergeben, sondern über die Wohnservice Wien GmbH. Im Vorfeld der Wiener Gemeinderatswahl kündigte Bürgermeister Michael Heupel im Frühjahr 2015 an. Die Stadtverwaltung werde wieder selbst Wohnungen bauen. Wohnungsvergabe Um eine Gemeindewohnung mieten zu können, müssen Wohnungssuchende bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Person braucht mindestens einen zweijährigen Hauptwohnsitz in Wien, ein Mindestalter bei Einreichung von 17 Jahren haben. Muss Bürger aus Österreich, EU, EWR, Schweiz und Gleichgestellten sein und darf eine gewisse Einkommens-Obergrenze nicht überschreiten. Informiert werden Interessierte bei der Wohnberatung Wien in der Gogelgasse im 3. Bezirk. Punkt. Zusätzlich muss einer der folgenden Vormerkgründe vorliegen, die auf einen dringenden Wohnungsbedarf hinweisen. Überbelag Gesundheitsschädlichkeit der Wohnung Krankheits-Altersbedingter Wohnungsbedarf Für Paare und Einzelpersonen unter 30 Jahre ohne eigene Wohnung, bei getrennte Haushalt, unverschuldete Aufgabe einer Dienstwohnung, Wohnraum für Menschen mit Behinderung, Wohnungstausch. Die Mieter einer Gemeindewohnung können über die Wiener Wohnen-Tauschbörse ihre Wohnungen tauschen, wenn sie jeweils die andere Wohnung beziehen möchten. Voraussetzung ist, dass es einen wichtigen Grund für einen Wohnungstausch gibt und dass das Mietverhältnis beider fünf Jahre lange besteht. Es ist aber auch ein Wohnungstausch von Mietern einer Gemeindewohnung und Hauptmietern von Genossenschafts- bzw. Privatwohnungen möglich. In diesem Fall müssen die jeweiligen Hausverwaltungen vor der Einreichung zustimmen. Im monatlich erscheinenden Wohnungsanzeiger von Stadt Wien-Wiener Wohnen kann eine Tauschanzeige kostenlos geschaltet werden. Außerdem werden Gemeindewohnungen mit Privatablösen, sogenannte Direktvergaben, in dieser Publikation inseriert. Maßnahmen Die Stadt Wien-Wiener Wohnen hat in den letzten Jahren folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität im Gemeindebau gesetzt. Mietermitbestimmung Die Mitbestimmung im Gemeindebau ist seit 1. Jänner 2000 durch das Mietermitbestimmungsstatut für die Mieterinnen und Mieter der Wohnhausanlagen, der Stadt Wien-Wiener Wohnen, festgeschrieben. Es regelt die Zusammenarbeit zwischen Mieter und Stadt Wien-Wiener Wohnen in Hinblick auf Informations, Kontroll- und Mitspracherechte im Rahmen eines Mieterbeitrats, beispielsweise das Recht auf Mitwirkung bei Erhaltung und Verbesserung der Wohnhausanlage, Betriebskosten, Errichtung und Wartung von Aufzügen, Gemeinschaftseinrichtungen und Hausverwaltungswechsel Punkt Fairplay im Gemeindebau Die Hausordnung für Wohnhausanlagen der Stadt Wien ist ein Bestandteil des Mietvertrages und enthält die Rechte und Pflichten der Mieter und ist die Grundlage des guten Miteinanders im Gemeindebau. Ordnungsberater sind seit Herbst 2009 in den städtischen Wohnhausanlagen unterwegs und machen die Mieter auf die Hausordnung aufmerksam. Sie sind befugt abzumahnen und Strafmandate und Anzeigen auszustellen. Im Rahmen der Kampagne Fairplay im Gemeindebau im Jahr 2010 haben prominente Fußballer wie Herbert Prohaska, Peter Pakult, Veli Kaflak oder Alexander Gorgon um Fairness im Gemeindebau geworben. Videoüberwachung In acht ausgewählten Gemeindebauten startete im Jahr 2008 der Pilotversuch Videoüberwachung mit dem Ziel, schlecht einsehbare Orte in Garagen, Müllräumen, Aufzügen und Kellern vor Verunreinigungen und Beschädigungen zu schützen. Im Dezember 2009 genehmigte die Datenschutzkommission im Bundeskanzleramt die zeitlich unbeschränkte Videoüberwachung in Gemeindebauten, bei denen durch Sachbeschädigungen und Diebstählen besonders hohe Schäden zu verzeichnen waren. Ende 2011 sind rund 2800 Kameras in 22 Wohnhausanlagen installiert und in Betrieb. Zusammenarbeit mit Wohnpartner Wohnpartner ist ein Serviceangebot der Wohnservice Wien GES M.B.H. Als Nachfolgeeinrichtung der Wiener Gebietsbetreuung setzt es im Auftrag der Stadt Wien Maßnahmen zur Stärkung der Gemeinschaft und zur Verbesserung des eigenen Wohn- und Lebensumfelds um und arbeitet dabei eng mit Wiener Wohnen zusammen. Wohnpartner unterstützt die Mieter bei Nachbarschaftskonflikten und versucht mit ihnen gemeinsam die Probleme zu lösen. Für seine Arbeit wurde Wohnpartner 2011 mit dem österreichischen Integrationspreis in der Kategorie Unternehmen und M.B. Arbeit ausgezeichnet. Mieterbefragung Die größte Mieterbefragung Österreichs hat Stadt Wien, Wiener Wohnen 2008 durchgeführt. Rund 45.000 Mieterinnen und Mieter haben den ausgefüllten Fragebogen retourgeschickt. Für das Anbringen eines Barcodes mit versteckter Kundennummer auf den 220.000 Fragebögen bei gleichzeitiger Zusicherung der Anonymität hat die Unternehmung heftige öffentliche Kritik geerntet und den Big Border Award erhalten. Modernisierungen Die laufende Modernisierung von Gemeindewohnungen ist eine wesentliche Aufgabe des Unternehmens. Im Jahr 2010 wurden in 87 Wohnhausanlagen 19.960 Gemeindewohnungen um rund 495 Millionen Euro saniert. Im Jahr 2011 waren es 19.403 Wohnungen in 101 Wohnhausanlagen. Die Kosten betrugen rund 562 Millionen Euro. Das war seine Volkums in 19.406. proéd certeza der ganze Welt auf Pennsylvania in Afghanistan es einige krevizer und 18 hofende Sätelement von 번째ings Unit. Im Jahr Nana von Bremsenięcy Im Jahr 2012 von Bremsen Im Jahr 2011 von Frankie Himm Ez Chair Vier Stroh Im Jahr 2011 von Gaue Im Jahr 2014 vonmerce